Herzlich Willkommen beim Malertrieb Bayer in Zierenberg. Wir sind mittlerweile in der zweiten Generation dem Maler- und Lackiererhandwerk eng verbunden. Ich bin Sonja Bayer. Gemeinsam mit meinem Mann lege ich großen Wert auf familiäre Atmosphäre und enge Kundenbindung. Besonders stolz sind wir auf unser Team von 20 Mitarbeitern, die mit fachlicher Qualifikation und erstklassigem Rüstzeug vollen Einsatz bei allen Innen- und Außenarbeiten im Malerhandwerk leistet. Mein Name ist Carsten Reiche. Ich bin jetzt seit elf Jahren beim Malertrieb Bayer und es macht mir immer wieder Freude, jungen Menschen in den Beruf des Malers einzuführen. Um unseren Kunden wirklich nur beste Qualität zu bieten, sind wir Mitglied im ATA Qualitätsverbund. Das Handwerk steht für Qualität.